Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Little Nightmares 2. Heute geht es weiter, nachdem wir letztes Mal hier durch das Fenster gekommen sind. Werden wir heute schauen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Kann man hier, ah, hier kann man einfach aufmachen, genau. Ja, denen geht's halt nicht so gut. Ich frage mich, ob wir theoretisch deren Fernseher abschalten können. Nein. Hier. Chill vor dem Fernsehen. Haha. Trotzkötting. Was? Was? Die können mich mit so irgendeiner Power... Okay. Okay, okay, ich werde einfach mal deren Fernseher nicht abschalten, damit sie mir nicht am Sack gehen. Ich glaube, das ist das Intelligenteste. Genau, einfach... Nicht abschalten, von daher... Wobei, wahrscheinlich müssen wir sogar den einen abschalten, oder? Ja, wir müssen die da weglocken. Ah. 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 So. Hallo? Hallo? Kann ich den jetzt die Perp abschalten? Ich glaube nicht. Macht auch nichts. So. Geht natürlich instant zum anderen Fernseher. Hätte mich auch alles andere ein bisschen gewundert. Ich muss sagen, diese Fernseherrätsel sind ziemlich cool. Oh, hier ist noch jemand. Oh. Hallo, schalte aus, die Fernseherrätsel. Da ist noch einer. What? Okay, das habe ich jetzt nicht einmal gewollt. Aber okay. Oh. Jetzt nicht, dass wir auch noch einen Abgang machen. What the fuck macht der Fernseher jetzt auf einmal für Geräusche? Huh. Manchmal schauen die Räume so aus, als könnte da was sein. Aber dann denke ich mir, mhm, wo denn? Okay, können wir hier hoch? Nee. Wir können nur weiter mit dem rüber. Ah, und da schaut einer zu dem Tower da in der Entfernung. Als erstes möchte ich aber kurz schauen, ob hier wieder so ein Schatten ist. Ich frage mich echt, wie viele von den Schatten wir im Endeffekt wirklich erwischt haben. Oh, um... Oh, um... Oh, um... Oh, um... Alter, die stehen einfach alle hier oben und warten darauf, einfach runter zu jumpen. Okay, bevor wir auch noch dasselbe Schicksal erleiden. Hm. Da geht's erst mal nicht weiter. Hä, wo bin ich jetzt? Okay, irgendwie geht's hinter dem Sofa nicht... oder hinter diesem Sessel gar nicht weiter. Kommen wir jetzt hier irgendwo weiter? Oder... Okay, hier gibt's noch einen Fernseher, oder? Okay. Heißt offenbar... Wir müssen den erst mal... Ah, Moment. Ah, okay. Das heißt, jetzt würden wir, weil wir ein bisschen Forst bekommen, darüber kommen. Hoffe ich einfach mal. Oh, nein, 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 nein. Hochziehen, hochziehen. Sehr schön. Okay, das ist da oben so nur Bretter. Ich dachte, jetzt kurz, da lugt einer raus. Aus! Hallo? Ich weiß nicht, ob das so clever ist, dass ich hier die Bretter wegmach. Oh! Ich dachte, das ist ein Aufzug. Also, Aufzug nicht, aber ich dachte eher, wir kommen da hoch. Ich dachte, ich hau vor dem ab. Ich hab den Electrocuted. Okay. Ich hab's richtig gemacht, aber ich hab nicht mal richtig gecheckt, dass das überhaupt das ist, was ich tun soll. Äh, das gefühlt häufiger in dem Spiel so. Aber, naja. Okay, hier ist irgendwie alles am Sack. Hier ist ein Aufzug, aber der ist am Sack. Und hier ist ein Fernseher. Ich hab das Gefühl, wir sollten erst mal hier lang, oder? Und hier ist auch ein Fernseher. Moment, aber wir haben den anderen nicht eingeschalten. Lassen wir mal kurz probieren, ob wir das... Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich, würde ich jetzt tippen, hoch nochmal. Oder? Weil was bringst du mir nochmal, hoch zu gehen? Nämme. Bisschen näher. So. Jetzt. Okay, reicht mir. Jetzt. Den hier. Oh, hier ist so eine Zwischenstation. Zwischenstation. Hm. Okay, was bringt sie das Wissen, dass eine Zwischenstation ist? Muss ich zu der Zwischen... Nee, aber da hoch komme ich nicht. Da, wo das Loch da in der Wand ist. Oder? Moment. Ich hab ne Idee. Keine Ahnung, ob die was bringt. Lass mich. Nein, ich will da nicht rein. Ich will da hoch. So. Ah ja. Nein, 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 nein. Ich check's. Ich check's. Ich benutze Dunker-Presen. Ja, ich check's. Oh, nee, das ergibt keinen Sinn. Meine Idee gerade war... Wir müssen safe auf diesen mittleren Floor. Meine Idee war, ich schick den Aufzug runter, geh raus und da oben rein. Aber ich komm da oben nicht rein. Moment. Gehen wir noch mal den Weg. Hier fallen wir einfach straight ganz nach unten. Ohne irgendwelche Chancen, dazwischen noch hochzukommen. Ich mein theoretisch, das würde mich safe töten. Ja. Ich dachte gerade... Naja, aber das würde auch keinen Sinn mehr geben. Ich mein, ich... Wie komme ich? Ich brauch irgendeine Option, höher zu kommen. Hier ist... Okay, mit dem kann ich einfach gar nichts machen. Okay. Also ich verstehe, dass ich auf den Aufzug drauf muss. Ich verstehe noch nicht, wie ich auf den Aufzug drauf muss. Aber hey, immerhin, solange man das Rätsel mal versteht, was man tun muss, ist schon halb gewonnen. Es ist dann noch Execution. Hä? Oh ja, ich weiß es. Ja, moin, nee. Jetzt komme ich natürlich noch nicht raus. Moment. Ich kann hier aber nicht irgendwie hochklettern, oder? Also quasi, mach mal aus. Nicht hier auf dem Fernseher, sondern irgendwie so... Nein, nein. Mann! Du machst den scheiß Fernseher an. Nein, den an! Verdammt! Okay, hier ist auch nichts. runterfallen. Ich kann auch nicht in eine Richtung drücken, oder was? Hier gibt es nicht noch irgendwo noch eine Kiste, oder was? hier gibt es nur so eine komische Klappe, die nichts macht. Ah, hier ist ja offen. Ah, nee, Moment, das heißt, mein Ding ist doch korrekt gewesen. Das heißt, ich muss ihn hochschicken, dann runterschicken und dann auf das Teil drauf. Oh, ffff. Nein. Oh, so, ich bin es rein. So, jetzt hier drauf. Aha! Das war gefühlt ein bisschen schwieriger, als ich es hätte machen. Also, im Sinne von, ich habe mich dümmer angestellt, als die Polizei erlaubt. Noch ein Stückchen weiter unten gab es, soweit ich weiß, nichts. Creepy Puppen. Gut, das sind nicht wie die Affen in Teil 1 anfangen zu klatschen oder irgendwelche komischen Geräusche von sich zu geben. Das war nochmal eine Spur creepier. Oh. Ja, ich glaube, ich brauche gar nicht probieren, in das Wasser reinzugehen. Das wird einfach nur schlecht enden. Ja, ich glaube, ich brauche gar nicht probieren, in das Wasser reinzugehen. Ja, ich glaube, ich brauche gar nicht probieren. Okay, ich weiß gar nicht, wie ich was von bei mir nicht gestorben bin. Ich glaube, durch die Elektrizität. Aber ich kann es nicht ausstecken, oder? Ah, Moment. Ich meinte, ich bin, ich bin stuck in der Badewanne. Ich wollte auf das Waschbecken. Ich denke mir, vielleicht kann ich von dort ausschalten. Oh, der ist jetzt aber... Ah! Kann ich von hier ausschalten? Ja! Darf ich jetzt in das Wasser? Ja. Sehr schön. Jetzt haben wir natürlich einen Kurzschluss verursacht. Aber immerhin... Wobei, was hat uns das jetzt gebracht, außer dass wir die gekillt haben? Wir kommen so oder so nicht hier hoch. Können wir denn einen toten Körper? Ach so, nee, hier... Ah, nee, hier das kleine Teil. Ah. Jetzt können wir hier das Stockerl da rüberziehen. Weil vorher ist sie genau davor gestanden. Ich schätze mal, roundabout habe ich es gemacht wie intended. Aber bei solchen Sachen wie gerade habe ich immer das Gefühl, dass ich es doch ein bisschen anders gemacht habe, als man sollte. Bitte. Oh, wenn wir jetzt hier ausmachen, gehen die voll hemmen, oder? Okay, ich versuche nicht näher ranzugehen. Finde ich auch gut, dass unsere Fernbedienung einfach bei allen Geräten funktioniert. Also bei allen Fernsehern. Oh. Das hört sich nach noch mehr. Oh, da ist schon wieder diese Zeichnung von dem Hund, der Kack. Okay, ein Einkaufswagen. Komm ich auf den Einkaufswagen drauf. Ja. Bringt mir das irgendwas. Kommen wir jetzt hier lang. Ja, nicht hier lang. Hier kommen wir. Okay, aber hier rein bringt mir irgendwie auch nichts. Ah, ich glaube, ich muss da drüben zu diesem Switch. Hier komme ich... Ah, doch, ich komme hier hoch auf das Teil. Ich komme nicht auf das Teil hoch, oder was? Wollte ich gerade sagen, das wäre eigentlich ziemlich easy. Ich komme, gehe hier hoch und springe da rüber, aber... Nope. Okay, da ist der Fernseher. Wo ist noch ein anderer Fernseher? Da hängt irgendwie so eine Babypuppe am Arsch aufgehangen. Den Jump werde ich nicht hinkriegen, glaube ich. Probier es mal, aber ich... Nope, never. Nicht mal ansatzweise. Heißt... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie hier rum muss. Es wird was mit dem Fernseher zu tun haben, aber wo komme ich... Wo ist der andere Fernseher? Hallo? Lass mich da hoch. Da ist auch überall Elektrizität. Hier sind beides mal so Sprung-Dinge für diese Abflussgitter. Oh. Kann ich den... Was war das? Kann ich den Einkaufswagen schieben? Kann ich. Oh, Moment. Wohl kann ich sagen, ist der jetzt hier stuck, ne? Der Einkaufswagen ist ja aus Metall. Also theoretisch kann er vielleicht auch einen Kurzschluss auslösen oder sowas. Let's try. Bitte nicht aber so, dass ich vor dem bin. Ja, genau so nicht. So. Ah, jetzt haben wir dadurch eine Plattform geschaffen. Das ist gut. Kann ich nicht Bim-Bim machen? Ah, doch. So. Okay, hier ist ein... Ah, Moin. Hier ist aber trocken. Ja, lass. Kommt er nur noch nicht hoch. Aber hier gibt es noch einen kleinen Raum. Ist ja auch ein Fernseher. Ne, hier ist ein Weg... Ah, Moment. Zum einen ist hier ein Weg raus und zum anderen ist hier ein Weg rechts zurück. Ah, Moment. Der Weg rechts zurück ist wahrscheinlich der, den wir gehen müssen. Und was ist dann der Weg hier links raus? Kann ich den Stuhl... Kann ich den Stuhl ein bisschen schieben? Nope. Dammit! Lass mich da das Fenster. Okay, ein Trial gebe ich noch. Okay, ich glaube, da ist literally nur ein bisschen Fenster auf mich. Dachte, da gäbe es dann vielleicht ein Secret. Aber wenn es ein Secret gibt, dann ist es zu gut Secret. Das check ich nicht, wie man da langkommt. Sehr schön. Oh, Moment. Das blinkt so komisch. Ich habe irgendwie Angst, dass jetzt gleich wieder... Ah, Moment. Ah, I get it. Yes. Jetzt... Muss ich nochmal hier lang den Strom wieder einschalten, dann den Fernseher anschalten und dann weiß ich nicht mehr. Aber das ist, äh... Ja. What the fuck? Bin an der Stuhl hinweg hochgegangen. Das ist erstmal ein ziemlich guter Plan. Hallo? Mal ran. Mal ran. Waa! Moment. Wie komme ich aber dann, wenn das nicht der richtige Weg ist? Wie komme ich dann... Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich hier, dass ich hier das rüber geben muss. Okay. Ich versuche das nochmal. Wenn ich hier bin... Nee, ich komme nicht. Komme ich irgendwo hin, wo ich nicht sterbe? Also, ich meine, ich komme wieder hier hin, aber... Ohne den Wagen komme ich von hier aus, glaube ich, nirgendwo hin, ohne zu verrecken. Aber ich muss den Fernseher zu 99,9% einschalten. Moment. Kann es sein, dass wenn ich hier jetzt einschalte, dass ich... Nee, hier drinnen wird sich nichts verändern, nehme ich an. Weil wir waren hier drinnen schon mal, wo der Strom an ist. Ah, ich bin ein Depp, glaube ich. Ich glaube, ich wollte quasi nur Mühe abkürzen, aber das war nicht so gedacht. Weil ich glaube, man muss auf die Box da hinten springen. Da kann ich... Kannst du vielleicht... So, danke. Ich glaube, man muss... Ja, man muss hier lang. Das habe ich nicht als solches erkannt. I'm sorry. Okay. Okay. So, und jetzt kommen wir irgendwo hin. Oh. Ich gehe ein bisschen woanders, als ich dachte, aber okay. Moment, kurz. Ich gehe nochmal hier kurz runter. Nee, ich dachte gerade hier wäre irgendwo ein Ort, wo ein Schatten sein könnte, aber nope. Raus. Nicht, dass ich da wieder irrtumlich reingehe. Äh. Äh. So. Oh. Oh. Kann ich einfach hier... Okay, jetzt hier ausmachen wäre, glaube ich, eine dumme Idee, oder? Andererseits, glaube ich, muss ich da rein. Okay. Ich kann mich nicht in so einem Hut verstecken, oder? Ich habe das Gefühl, einfach den Fernseher ausmachen ist... Oh ja. Das geht. Ich glaube, die sind nur überhaupt nicht schön, wenn kein anderer Fernseher in der Nähe ist. Ähm. Nee. Oh. Oh shit. Das ist nicht gut. Nein. Nein. Kack, Schuhe. Kack, Schuhe. Okay, gut, dass der aus ist. Wobei, ich glaube nicht, dass die mir nachkommen könnten. Ich glaube, die sind zu fett dafür. Ja, da geht nichts mehr. Fernseher kaputt. Nicht Fernsteuerung, sondern wirklich Fernseher. Man glaube ja, oft mal der Fernseher ist kaputt, dabei ist nur die Fernsteuerung einfach am Sack. Oder hat keine Batterien mehr. Aber manchmal ist sie einfach auch am Sack. Meine Frage ist, finden wir jetzt unseren Freund wieder, der von diesem Fernsehermann gekidnappt wurde? Oh, ich sehe, da ist eine Axt. Und hier ist eine Tür, die... Oh! Ja, ich... Hilf dir! Ja! Komm, help! Help! Komm, raus da! Ja! Ja! Oh, nein! Alter! Das ist aber zeitlich hartknappmessen. Ich habe mir schon gedacht, dass die Axt damit was zu tun hat. So, meine Axt. Hau drauf! Nochmal! So, jetzt lassen wir die Axt los und laufen. Alter, ihr schaut mich einfach an. Okay. Ich frage mich echt, wer der Typ ist. Wir haben unseren Kumpel fast befreit, aber... Oh, er ist ober uns. Oh, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt hier... ... ... ... Nee, das wollte ich selber nicht. Ich dachte, wir haben ihn verloren, aber er ist immer noch genau hinter uns. Oh nein, ich sehe, was wir tun müssen. Ich habe es zu spät gecheckt, glaube ich. Ein Stückchen noch und hoch. Ah, ich muss jetzt hier auch noch das... Wow. Also, ich finde manche von diesen Rätseln, da muss man so schnell drauf kommen, was man tun muss, dass es schon ein bisschen krass ist. Wenn du es beim ersten Mal in dem Tempo checkst, dann Hut ab. Okay, jetzt geht er uns aber hoffentlich mal nicht mehr am Sack. Wahrscheinlich haben wir zu oft mit dem Fernseher rumgespielt, dass er sich jetzt schon gedacht hat... Oh, da hat jemand seine Alexa vergessen. Wohin auch immer, der den bei der U-Bahn dabei hatte. Aber was ist mit denen passiert? Weil die sind ja nicht einfach... Ich weiß es nicht. Die sind ja nicht einfach hier... Irgendwo runtergestürzt oder so. Okay, ich dachte, ich muss mich verstecken. Muss ich einfach weglaufen, oder was? Hier ist öfter mal... Instructions unclear. Wie lange verfolgt ihr uns denn? Ich muss ja nicht irgendwie ein Fernseher in der Nähe haben, dass er uns verfolgen kann, oder was? Oh shit, das hätte ich mit mehr Sprung machen müssen. Das hat nicht gereicht. Ich habe doch... Hätte ich... Hä? Was hätte ich machen sollen bei dem Teil? Nein. Okay, ich glaube, jetzt sind wir aber wirklich los. Wehe, der kommt jetzt noch. Also, er wird sicher noch mal kommen, aber auch. Oh! Oh, interessant. Wir sind auf jeden Fall ziemlich verletzt. Auch wenn wir gefühlt schon deutlich Schlimmeres erlebt haben. Oh, das gefällt mir gar nicht. Okay, da ist eine Leiter. Die habe ich nicht so früh gesehen. Jetzt sieht man es immer noch, aber kaum. Aber in der Ernst zumindest, dass das dann eine Leiter ist. Gerade waren wir langsam wegen diesem Effekt von dem Typen. Und jetzt sind wir langsam, weil wir am Sack sind. Wenn wir das nächste Mal wieder schnell sind, werde ich überhaupt nicht mehr darauf klarkommen. Finde ich auch irgendwie weird, dass es einfach in den U-Bahn-Schacht reinregnet. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ich habe irgendwie das Gefühl, wie es immer noch passiert. Ich hätt was machen sollen. Ich dachte, das ist nur eine Sequenz. Ach so, wir müssen das machen, was wir hier, wie wir den Fernseher kalibrieren. Och, scheißen Dreck. Und jetzt haben wir nur einen Versuch und können nicht mehrmals herumdurren. Hmm. Oh, yes! Oh, yes! Alter, wir biegen die ganze Realität. Wir kämpfen, ist das gerade der final Bosskampf? Fuck you! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020